Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. So, diese Woche habe ich ein Buch für euch, mal wieder. Es geht ja hier auch um Bücher zum Großteil. Es ist ein Grimmie von Grischan Koch geschrieben. Heißt Pannfisch für den Paten. Ist 2018 im DTV-Verlag erschienen. Ja, wieder ein guter alter DTV-Verlag. Und es handelt sich, wie gesagt, um einen Kriminalroman. Sehr schön. Zum Anfang, ich hatte ein bisschen Probleme, da reinzukommen in das Buch. Lag aber zum Großteil daran, dass man eben den norddeutschen Dialekt dort sehr hört, beziehungsweise liest und dort erst mal ein bisschen klarkommen muss, wenn man den so richtig verstehen will. Dann hat man so ein bisschen Italienisch noch mit drin und Englisch und dann eben das Deutsch. Es ist schon nicht ganz so einfach gewesen zu anfangen. Aber nichtsdestotrotz, ein wirklich gutes Buch. Kann ich euch sehr ans Herz legen. So, nochmal, damit ihr seht, wie das aussieht. Bevor ich jetzt loslege, ich habe mir lange überlegt, wie ich es mache, wie rum ich es mache, möchte ich diesmal euch gerne das erste Kapitel vorlesen. Ich habe nämlich nach dem ersten Kapitel, habe ich mir eigentlich gedacht, voll doof, total abgekupfert vom Paten. Also, das ist ja der alte Roman von Mario Puzo. Ein sehr schönes Buch übrigens. Und ich fand, wie gesagt, das erste Kapitel sehr abgekupfert. Hab dann aber doch weitergelesen und ich habe es nicht bereut, ehrlich gesagt. Aber, wie gesagt, damit ihr euch selbst erst mal einen Einblick verschaffen könnt, möchte ich euch erst mal so ein bisschen, genau, das erste Kapitel am besten vorlesen. Und zwar geht es los mit 6000 Kilometer vom nordfriesischen Fredenbüll entfernt, hatte der Kreise Don Luciano am Valentinstag die männlichen Mitglieder seiner Familie und den Konziliere bei Fanelli versammelt. Que cose? Paolo, was ist mit den Spaghetti? Die brüchige Stimme des Kreisenpaten ist nur ein heißeres Hauchen. A neues Rezept? Come sempre, Don Luciano. Alla butanesca. Alles wie immer, beteut der Patrone des kleinen Lokals. Nur eine Prise Zimt. Un pochino. Don Luciano gibt ein missbilligendes Seufzen von sich und dreht Pasta auf eine Gabel. Die sechs Männer der Luciano-Familie sind die einzigen Gäste in dem traditionsreichen Lokal mit den rot karierten Tischdecken im New Yorker Stadtteil Little Italy. Wir können uns das nicht bieten lassen, schimpft der jüngste Sohn Mario mit vollem Mund, während sein älterer Bruder Toni Richtung Toiletten verschwindet. Der Caprice-Clan will doch dann uns im Revier. Diese Buster hat doch auch schon wieder einen Spielsalon in der Lower East Side abkassiert. Nicht beim Essen, Mario. Mit zittriger Hand tupft sich der hagere Pate Spaghetti-Soße von den Lippen. Wir sprechen bei Tisch. Niemals über Geschäfte. Das Familienoberhaupt führt gerade sein Rotwein-Glas zum Mund, als die Glastür des Restaurants aufgerissen wird. Vier Männer mit Maschinengewehren stürmen das Lokal und schießen sofort ohne Vorwarnung wahllos um sich. Eine Karaffe mit Rotwein zerplatzt. Putz stäubt von den Wänden. Die Bilderrahmen mit den alten Schwarz-Weiß-Fotos zersplittern. Die roten Neon-Buchstaben mit dem geschwungenen Schriftzug im Schaufenster des Restaurants zerbersten knallend. Mario springt auf. Bei dem Versuch, seine Waffe zu ziehen, wird er sofort von einer Maschinengewehrsalve durchsiebt und sagt augenblicklich in sich zusammen. Don Luciano gibt ein lautloses Krächzen von sich. Auf seiner Stirn unter dem schütteren weißen Haar erscheint eine von einer Nähmaschine sauber gestanzte Reihe kleiner Einschusslöcher. Wird Paolo stolpert vom Kugelhage getroffen mit sechs Krappagläsern auf einem Tablett an dem besetzten Tisch vorbei in den Garderobenständer hinein. Der Conselliere zappelt, als wäre er vom elektrischen Schlag getroffen. Für einen Moment starrt Don Luciano bewegungslos auf die Fotos des sizianischen Städtchens Corleone. Ein schmales Blutrinsal läuft aus seinem Mundwinkel. Dann kippt der Pate des Luciano-Clans mit dem Gesicht auf den Teller seiner geliebten Spaghetti alla Puttanesca. In die Soße mischt sich Blut. Sein schwergewichtiger Leibwächter krallt die Finger an die Tischdecke. Mit fragendem Blick kippt er zusammen mit dem Stuhl um und reißt die karierte Decke mit allem, was darauf steht, Weingläser, Bestecke und sechshalb verzerrter Portionen Pasta mit sich. Und auch der schmächtige Pate wird mitgerissen. Toni Luciano hat auf dem Weg zurück von den Toiletten gerade noch rechtzeitig in Deckung gehen können. Durch einen winzigen Spalt in einer Vorratskammer muss er das grausame Massaker am Valentinstag mit ansehen. Es ist nur ein schmaler Schlitz, aber er kann die Visagen der Caprese-Brüder ganz deutlich erkennen. Kein Zweifel, das sind Romano, Aldo und Matteo Caprese und ihr Killer Louis, Louis the Lobster. Das war das erste Kapitel. Und dafür, dass dort eben ein Küstenkrimi steht, wenn man sich das Buch kaufen will und anguckt, war ich erstmal ein bisschen verwirrt natürlich. Vielleicht habe ich auch gerade nur deshalb diese Parallele zum Pate gezogen für den ersten Kapitel. Einfach, weil es ja diese Szene gibt dort, wo eben Michael Corleone, die Familie heißt eben auch noch Corleone beim Paten, viele wissen es vielleicht nicht. Ein Verbrechen an sich. Naja, nichtsdestotrotz habe ich vielleicht diese Parallele eben gezogen, weil Michael Corleone eben mit dem, mit dem, mit dem Auftragskiller, mit dem, wie ist das der, nennen sie den Juden? Ne, ich glaube, ich glaube, sie nennen ihn den Juden beim Paten und dem Polizeikommissar dort eben in dem Lokal sitzt und, ne, ich verrate, wenn ihr das Buch lesen wollt, verrate ich nicht, dass er sie jetzt noch erschießt. Das wäre ja blöd. Naja, also, nichtsdestotrotz, es geht eigentlich um das beschauliche kleine Fredenbüll. Fredenbüll ist, wie gesagt, ein kleiner Ort in Nordfriesland an der Küste und dort geht es drunter und drüber gerade. In der Hiddekist, die Hiddekist ist ein Stehimbiss, in dem sich die Leute halt treffen, in dem der Klatsch und Tratsch zusammenkommt, spielen sich Skandale gerade ab, denn die Wirtin möchte jetzt nur noch nationale Kost eben anbieten, nationale Spezialitäten und da haben einige schon Angst um ihr Putenschaschlik Hawaii oder auch ihren Latte Macchiato. Die wollen den halt gerne wieder trinken. So, und dann wird sich eben ausgetauscht auch und dann gibt es wohl Leute, die eben jetzt in ein Haus eingezogen sind, einer Neues, und die meisten halten die eben für Flüchtlinge, wobei die halt sich denken, was sollen denn Flüchtlinge hier in Fredenbüll? Einer derjenigen hat allerdings beobachtet, dass dort eben Autos vor dem Haus stehen mit Wiesbadener Kennzeichen und einer der Männer, also Männer bewachen das Haus und einer dieser Männer hat wohl auch ein Walkie-Talkie und so einen Knopf im Ohr und dementsprechend schaltet dann der, ja, ich weiß gar nicht, ist das ein Dorf, eine Stadt? Steht dort gar nicht. Na ja, ich sag mal Dorf. Der Dorfpolizist, klingt einfach so, wie es ist, der Dorfpolizist Thies Detlefsen, der eben eigentlich der einzige Polizist dort ist, der schaltet dann am schnellsten und denkt dann gleich ans BKA, weil Wiesbadener Kennzeichen und die Männer und so weiter und so fort. Na ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass eben gerade ein riesiger Skandal daraus gemacht wird, dass eben die Biobäuerin des Dorfes ihr Land oder einigen Teil ihres Landes an eine Firma verkauft hat, die dort gerne Windräder bauen möchte und eben auch schon drei baut. Und der Bio, äh, nicht der Bio, der Huhnzüchter, Geflügelzüchter des Landes, des Dörfchens, also des Umlandes, der hat wohl auch Gelände von ihr gekauft, also in einem Gebiet und möchte dort weitere zehn Windräder hochbauen und das ist ein riesiger Skandal dort, weil sie alle diese Windräder einfach nicht haben wollen. Gut, das ist ihr kleinstes Problem irgendwann, denn irgendwann kommt ein mysteriöser Fremder eben ins Dorf und ab da passieren halt so ein paar kleine Morde und niemand kann sich das halt erklären und weil eben dann der Thies Detlefsen sagt, dass die Leute eben in dem Haus, das kann eigentlich nur was vom Zeugenschutzprogramm oder sowas sein, meint dann eben, dass die eben wahrscheinlich von der Mafia sind und ja, deshalb denken alle eben, dass die Morde auch was mit der Mafia zu tun haben. Ja, die Frage ist halt, was, warum, sollten eben, warum sollte die Mafia darin Interesse haben, dass die Windräder nicht gebaut werden oder warum sollten sie Schafe erschießen, was eben auch passiert. Das ist eben so eine Sache. Ja, um das Ganze eben auch aufzuklären, kommt dann eine Kollegin von dem Thies Detlefsen, die Nicole, ich glaube, Scharpenbeek heißt sie und hilft eben bei der Aufklärung dieser ganzen Morde. Und ja, es ist wirklich etwas verworren, denn es sind auch der Bürgermeister der Stadt, war es glaube ich, der sich so ein bisschen auch in, ja, Bestechungsmachenschaften und, ja, Veruntreuung so ein bisschen betätigt. Dementsprechend, ja, es ist wirklich bunt gespickt, das Buch, es kommt eigentlich alles drin vor und man kann sehr gut selber miträtseln, was jetzt eben eigentlich Sache ist. Man weiß überhaupt manchmal nicht, ob es jetzt wirklich doch die Mafia ist oder ob es was mit Windkraftgegnern zu tun hat oder vielleicht auch den Leuten, die was dagegen haben, dass dieser Geflügelzüchter eben, der hat ja unter dem Versprechen dort einen Auslauf zu bauen für seine Hühner, hat er das Land ja gekauft von der Biobäuerin und dementsprechend gibt es auch Gegner, die gegen diese Haltung von den Hühnern sind, was ich auch nachvollziehen kann so ein bisschen. Ob die was vielleicht auch damit zu tun haben? Man wird so ein bisschen hin und her geschickt und was jetzt im Endeffekt dann wirklich passiert und warum das alles passiert, das müsst ihr natürlich selbst herausfinden, das verrate ich euch nicht. Ich gebe dem Buch auf jeden Fall sieben von zehn Kaffeetassen, auch ein solides überdurchschnittliches Ergebnis, denn ich konnte das Buch dann doch gut lesen irgendwann, es wurde auch echt spannend. Auch wenn ich wie gesagt am Anfang die Schwierigkeiten hatte so ein bisschen reinzukommen. Nichtsdestotrotz, ich habe euch, damit ihr euch nochmal andere Rezensionen angucken könnt, den Link eben wieder unten in die Beschreibung gesetzt zu Amazon. Dort könnt ihr, wenn ihr wollt, das Buch kaufen. Ihr könnt euch dort aber auch gerne über andere Meinungen noch informieren. Dort gibt es andere Rezensionen eben wie gesagt. Dementsprechend klickt da gerne mal drauf, guckt euch das an und ja, wenn ihr das Buch schon kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt mir, was ihr davon haltet. Wir haben ja gerade auch noch unser Mega-Gewinnspiel am Laufen, am Lauf, was ist denn das für eine Formulierung? Also bitte, zur Zeit läuft auch noch unser Mega-Gewinnspiel. Da könnt ihr auch gerne noch teilnehmen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Den Link dazu unten in der Beschreibung oder ihr guckt eben einfach auf dem Kanal. Dort wird das auch aufgeführt. Eben Mega-Gewinnspiel. Da kann man eine Deutsche Gusto gewinnen, plus Tasse, plus vier Probepakete. Macht da gerne mit. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder bei der nächsten Buchvorstellung und dann haben wir bestimmt genauso viel Spaß wie heute. Ich wünsche euch was bis dahin. Macht's gut. Ciao.